Moti und Kati, schauen sich kurz an. Meine Süße, Vorsicht, da ist Urin. Wir sind jetzt bei Spiel 4, ne? Spiel 4. Er steht 4 zu 2 für Marcel. Richtig. Ue! Gut. Dann kommen wir zu Spiel 4. Spiel 4 ist rückwärts um die Wette laufen. Die Strecke müssen wir einfach mal klären. Ja. Wir wissen auch keine Strecke. Oder wir sagen einfach... Weiß ich nicht. Soll es runden werden oder soll es nur ein gerade Sprint werden? Hier ist doch... Komm mal ruhig eine Strecke laufen. Ja, können wir doch wieder nehmen, oder? Ja. Kannst du rückwärts laufen? Hm. Ich auch. Wieso? Einmal hier in einem Kreis. Um die Hüte herumrum. Nee, nee, nee. Ich finde es ja schön, dass die Kandidaten jetzt die Kamera übernommen haben. Ja, wir müssen ja... Moti nimmt das Ganze jetzt mal wieder in, Jan. Ja. Kein Ding. Hätte ich das jetzt gesagt, oder nicht? Einmal hier rum. Einmal rum, in Kreis. Um ein paar Sachen machen zu können. Das läuft. Das ist ein Problem, wenn er nur noch beide mag. Ja, fertig geht das wohl nicht. Ja, Marc nimmt uns. Und mit wem er schneller ankommt, der hat gewonnen. Du bist ja nicht parteiisch. Gut. Du bist nur fertig danach. Ja. Also sagen wir... Wollen wir jetzt messen und einzelne Runden, oder wollen wir ruhig ein Mann-gegen-Mann-Rennen machen gleichzeitig? Mann-gegen-Mann. Also Weichei gegen Weichei. Ja. Ja. Dann legen wir ein Ziel und Start fest. Habe ich gerade getan. Und wie viel Runden? Eine. Wo, wie, worum? Einmal hier im Kreis. Einmal um diese Seildinge rum. Um die Hügel. Um die Berge da hinten rum. Eine Runde? Ja, das reicht auch. Rückwärts? Ja, rückwärtslaufen. Ja, dunkel. Und vorwärts. Nein. Und ich will nicht sowas heißen. Ja, rückwärts und vorwärtslaufen. Ich muss sich das aber kurz mal wissen. Also wir dürfen nicht auf den Hügel setzen. Nein. Dann müssen wir vorher erstmal angucken, wo die Hügel überhaupt sind. Dann muss ich das erstmal machen. Vielleicht sollen wir auch drei Runden machen. Das ist auch, also weiß ich nicht. Immer wobei zwei? Zwei Runden würde ich auf jeden Fall machen. Ja, zwei. Das ist ein bisschen spannender. Ja, dann kann der nächste wieder aufholen. Zwei Runden. Zwei. So ein Vogel. Löst, ihr Vögel. Warten wir eben zwei Runden. Rückwärtslaufen auf Zeit, ja? Nee. Ja, gegeneinander. Wer eher hier den Stock trifft. Ja, natürlich. Ja. In einem Spaßrennen ist alles erlaubt. Wie ist heute so schön bei Scrums? Wie rum? So rum oder rückwärts? Eigentlich wäre es doch klasse, wenn einer so rumläuft und der andere so rum. Nein. Wir können hier gegeneinander laufen. Wir können hier gegeneinander, gegeneinander laufen. Ich muss mich nicht gefühlen. Du bist innen. Ja, richtig. Ich habe mich erst hingestellt. Ja, dann wirst du zuerst wegziehen. Okay, das wird böse jetzt. Hälfte die Plätze. Warte, warte, warte hier. Müssen wir uns dabei berühren oder nicht? Wenn möglich nicht verletzen. Nicht, also verletzen ist jetzt, äh... Ihr dürft euch nicht gegenseitig aus dem Rennen schubsen. Wenn ihr euch mal ausversehen... Gegen Berührung kann man ja nichts machen. Wenn ihr euch ausversehen an, aber ansonsten dürft... Ja, ausversehen. Dieses Ausversehen, wenn das aussieht, als wenn das Ausversehen ein Ausversehen-Kommenswert wäre... Was? ...ist das Ausversehen nicht mehr ausversehen. Also... Aber dann absichtlich. Genau. Das Wort hat ihr, glaube ich, gefehlt. Auf die Plätze. Ich glaube auch. Fertig, los! Rückwärts! Scheiße! Muss ich ablaufen. Jetzt zieh dich! Hierzu liegen jetzt beide! Da gibt nur einer! Da gibt nur zwei Minuten lieber. Eine Runde wäre dir lieber. Nein, es ist rückwärts! Ihr müsst mal gucken, wo hier was ist. Ne, es ist trotzdem rückwärts. Mach Marcel auch! Hahahaha! 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 Ich kann nicht mehr vorleiten. Wie sieht denn das aus? Hahahaha! Geil! Hahahaha! Du bist auf ne Anhöhe! Jetzt ist ein Kopf und Kopf drin! Hahahaha! Ah! Da! Sturz! Sturz! Hahahaha! Da! Sturz! 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 Aber erst du hast du das! Sturz! 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 Ist mir nichts eingefallen? Nein! Er ist einfach so eingefallen! Es ist auch schwer! Okay! Rückwärts laufen geht an Nick! Somit steht es wie viel? Nick! Für sechs! Marseille! Vier! Traum! Das gilt ja noch! Ich habe es noch! Ich falle nach, dass die Säden gehen! Und da sind noch viele Fahrzeuge zu�den! Das ist nicht so! Das geht mir noch! Vielen Dank.